Das Besondere für mich ist, wir haben eine sehr gute Verbindung mit allen, die hier arbeiten. Ich habe drei Jahre Gitarre gespielt und habe mich jetzt nicht verlernt. Und Klavierspielen vor allem macht mir persönlich am meisten Spaß. Die Jugendlichen, sie gestalten mit, sie haben genauso viel Sprachrohr und genauso viel Stimme wie die GruppenleiterInnen. Was mich Karl für die Zukunft wünschen? Eine Münchner Stadtgesellschaft, wo Gruppen ihren festen Platz haben und auch gehört werden. Mal sehen, wo ich mich die Zukunft bringe. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017